Julian Zietlow hat ein YouTube-Video hochgeladen auf seinem YouTube-Account, okay? Ich weiß gar nicht, was das letzte YouTube-Video war, was er da gemacht hat. Hier, da klicken wir gleich rein. Ich habe das tatsächlich noch gar nicht angeklickt. Ich weiß gar nicht, warum das so angezeigt wird. Irgendeine Zeremonie mit Wundermitteln aus dem Amazonas, also irgendein Drogen-Retreat oder irgendwas, war sein letztes Video vor über einem Jahr. Chillig. Wow, Paar-Zeremonie mit Alina. Okay, da ging das auch schon in so eine Richtung. Ich glaube, das hilft dir. Ich habe das gar nicht gesehen, was er da so viel macht. Nur ein Vater, der Training, Reisen und Essen liebt. Und jetzt müsste er noch stehen, Punkt, Punkt und Drogen. Drogen sind auch sehr nice. Oha, ich wusste gar nicht, dass sein Content schon so lange in eine Richtung geht. Seit zwei Jahren im Endeffekt schon. Okay, auf jeden Fall, das Video ziehen wir uns gleich rein. Der Dude hat auch mit OF angefangen, seit neuestem. Und anscheinend immer noch Beef mit Flair. Da gibt es auch einige so, ja, Storys bei ihm auf seinem Instagram-Account noch dazu. Muss ich mal kurz zeigen. Das ist komplett krank. Der Dude hat mittlerweile 203.000 Follower und hatte noch, als ich das Video gemacht habe und als dieser Skandal losging, hatte er noch 160 oder sowas. Das heißt, da sind jetzt über 40, 45.000 neue Leute dazugekommen, die auf Folgen drücken, um sich das Ganze hier reinzuziehen. Mein Trainer liked seine Page. Hab ihm versprochen, dass meine Fans Action machen. Enttäuscht mich nicht. Das war damals auf, ähm, Ding, auf Facebook, oha. Also, Flair wurde mal von Julian Ziedlow, glaub ich, gecoacht, ganz damals, daher kennen die sich. Und jetzt haben Flair und Julian Ziedlow Stress. Und das artet in einer kompletten Comedy-Show aus. Sollen deine Kinder irgendwann wen anders Papa nennen? Dann Blicke zurück, was du alles damals falsch gemacht hast. Hat jemand in die Kommentare geschrieben? Ich höre hier voll lachen. Das ist, also, er übertreibt so hardcore. Ich zieh mir das auch gerne rein, aber ich würde dir nicht folgen. Deswegen sag ich so, wie es ist. Und ich wundere es auch, warum er seinen Account nicht auf Privat macht. Wenn man hier auf Linktree klickt, dann kommt man zu, äh, ja. Here you can see the real Julian and Kate from inside and outside. Hm, lecker. Das wollen wir sehen, Mann. Also, ich, ich brauch's nicht sehen. Sag ich ganz ehrlich. Ferdinand Beck, der kranke Spinner, hat ihn da reingebracht und war ja auch für die Veganisierung von Rocker verantwortlich. Ja, aber schon mal, die Veganisierung von Rocker finde ich echt ne, also mutigen Schritt. Echt mutig. Und das finde ich nicht, dass man sagen kann, dass das was Schlechtes war. Aber auf Profit zu verzichten, um auf Vegan umzusteigen und dann, ähm, gute vegane Produkte rauszubringen, guter Schritt gewesen von Rocker. Also, Sophia war ja auch mal im Team Rocker eine Zeit lang. Und, ähm, ich sag ja auch immer, dass ich auch mal Produkte von anderen Firmen teste, weil ich selber auch immer wissen möchte, yo, was macht die Konkurrenz, damit ich euch auch guten Gewissens mal Protein-Produkte weiterempfehlen kann. Ähm, wenn ich immer weiß, yo, ey, das ist jetzt im Vergleich zu anderen Sachen voll schlecht, ähm, und ich nie andere Sachen probieren würde, dann wüsste ich ja nicht, wie die Konkurrenz ist. Ja, Konkurrenz. Umgekehrt weiß ich halt auch, wenn man hier Sachen besser sind als woanders. Zum Beispiel dieser Proteinriegel hier. Der ist einfach richtig, richtig gut impactbar. Ähm, 20 Gramm Eiweiß. Schmeckt einfach wie Milka-Schokolade gefühlt. Code Franklin, my protein, ihr wisst Bescheid. Äh, diesen Monat, äh, ist Impact Week. Da gibt's fette, fette Rabatte. Werdet ihr aber noch erfahren. Ende des Monats. Seid gespannt. Gibt's wieder, äh, dick was zum Sparen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich stehengeblieben war. Ja, genau. Auf jeden Fall, der Wiegens hat ihn, ja, auch zu guten Sachen gebracht. Und, ähm, da finde ich nicht, dass man ihm jetzt irgendwie einen Vorwurf machen kann in die Richtung. Was hat er dazu zu Flair geschrieben? Und zwar haben sich Julian Zitlow und Flair am Flughafen verabredet. Denn Julian Zitlow ist seit heute wieder in Deutschland unterwegs. Er ist in Berlin gelandet. Und hat, äh, auch die Uhrzeit gepostet, wann er dort ankommt, wird, dass Flair vorbeikommen kann. Die sich halt auf eine Schlägerei oder sowas treffen können. Natürlich ist Flair nicht super dumm. Äh, die Presse war auch dort, RTL und sowas. Und Flair taucht da jetzt nicht auf und wird da vor laufender Presse für den Zitlow eine reinhauen. Aber den Text möchte ich mal kurz lesen. Was hat er hier reingeschrieben? Lieber Patrick, ich danke dir aus tiefstem Herzen für unsere langjährige Freundschaft. Ich schätze mal, Flair heißt in echt Patrick. Du warst einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben und ich habe zu dir eine starke Liebe verspürt. Du warst wie ein Bruder für mich. Du bist eine absolute Musik- und Marketing-Genie, auch wenn es viele in diesem Land nicht zugeben wollen. Danke, dass ich viel von dir lernen durfte und in ernsten Situationen immer das Gefühl hatte, einen echten Freund an meiner Seite zu haben. Du hast recht. Ich war damals nicht manns genug, den Streit mit dir auszutragen. Deshalb suchte ich Schutz bei der Polizei, Anwälten und einem Bodyguard. Ich hatte Panik. Ich hatte Todesangst vor dir, Patrick. Ich wünsche dir alles Gute, mein alter Freund. In Liebe, dein Julian. Was? Was? Boah, die Leute schreiben auch hier rein. Boah, das ist ja bessere Unterhaltung als auf RTL 2. Krieg dein Leben wieder in den Griff, Julian. So, nach knapp 14 Tagen brauche ich eine Pause. Ich weiß jetzt, wie groß klein dein Schnippi ist. Ja, es gibt anscheinend ein OF-Bild, wo man die Größe von Julian Ziedlos, äh, oder die Kleinheit von Julian Ziedlos, äh, Schnippi sieht, wie auch immer. Wie du es, äh, wie du es, äh, gerne treibst, dass du am Flughafen nur Flair vermisst hast und sonst niemanden eigentlich nur das Visum der Grund der Rückreise war und dir die Welt machst, wie sie dir gefällt. Ach, krass. Er ist wegen der Ding, wegen dem Visum wieder nach Deutschland zurückgekommen. Aha. Okay. Da geht wirklich Unterhaltung ab hier auf einem ganz anderen Niveau, meine Damen und Herren. Deswegen lassen wahrscheinlich auch so viele Leute bei Julian Ziedlo, glaube ich, gerade aktuellen Follow da. Hier, genau. Äh, Julian Ziedlo war dann auf jeden Fall am Flughafen und hat dann hier irgendwie so Luft geboxt und, äh, die meinten, was würde er machen, wenn jetzt, äh, Flair am Start war. Äh, also, es ist, es ist wirklich unglaublich, was da abgeht. Auf jeden Fall, das neue YouTube-Video von ihm, würde ich sagen, ziehen wir uns jetzt mal rein, meine Damen und Herren. Was hat Julian Ziedlo uns jetzt so sagen? Morgen mehr. Schauen wir mal. Breiten wir die Grenzen von Intimität, Sexualität, Drogen und Humor. I was like, imagine how it's gonna be and I wanted him to lick my p***. Okay, who had really in his life Chlamydia? What the f***? I was f***ing her ass and I was so confident and so I'm the man, bam, bam, bam. And then she said, take the camera, take the camera, take the camera. I was like, meow. I licked her p*** not long, then I turned her around and go straight to the ass. Das ist mein Rat an euch, liebe Jungs da draußen, das folgende. Morgen mehr. Digger. Okay, also, ich muss ganz ehrlich sagen, also, wir haben hier einen CEO einer Firma, die Millionen Umsatz gemacht haben, machen, wie auch immer, die wirklich, also, so businessmäßig richtig, richtig viel geschafft, ne? 18 Jahre Beziehung, Kinder und sowas, also wirklich, ich glaub, der ist Ende 30, gestandener Mann. Und jetzt in letzter Zeit dreht sich sein Content fast zu 100 Prozent, was er nach außen sagt, nur noch, entweder um Drogen oder um Sexualität. Und wenn wir um Sexualität reden, dann nicht nur so ein bisschen, so, ey, yo, so ein bisschen, sondern wir reden hier auch von P, von P-Filmchen, P-O-R-N, OS, ihr wisst, was ich mein, auf OF und Co. Oder teilweise in Story-Schnipseln, er hat eine Story hochgeladen, da war reingeschnitten, wie seine neue Ding ihm anscheinend einen Blase-Dings gibt und so weiter und so fort. Und da frag ich mich doch irgendwie so ein kleines bisschen, also jetzt, nachdem man das Ganze so ein bisschen beobachtet hat, das wirkt für mich eher so, als hätte der Dude irgendwelche, irgendwelche Traumata, irgendwelche Komplexe, irgendwas, was er nach außen ausleben muss, also, das scheint wirklich irgendwie so zu passen, so mäßig, so, yo, da ist irgendein Knacks bei ihm diesbezüglich und er muss das jetzt so überkompensieren mit irgendwas. So, ich muss jetzt da ultra krass allen reden, zeigen, wie, wie Hardcore, dass ich jeden Tag nur, ähm, hier alles Mögliche auslebe und mit jedem und was ich alles hier mache und hast du nicht gesehen und dann denkst du, okay, Diggi, kannst du ja machen, aber, oder warum, warum muss man das halt jedem so sagen, vor allen Dingen auch, wenn man, wenn man Kinder hat, die halt auch immer groß werden und dann das vom Vater so sehen, das ist ja bestimmt richtig geil für die Kinder, wenn die später mal in der Schule so drauf angesprochen werden, so, yo, ey, du bist doch die Tochter von dem, oh mein Gott, hier, du bist das Nacktbild von deinem Vater auf meinem Handy, Digger, es schaut so und so aus oder da gibt's Videos, wie er die da und so irgendwie so ableckt an gewissen Körperteilen und was weiß ich und, äh, warum macht er, also, Digger, der hört ja einfach nicht mehr auf mit allem und es gibt eine Theorie, die hat mir ein YouTuber gesagt, dessen Namen ich jetzt mal nicht sage, den kennt ihr aber auch und er meinte, nur mal so rein theoretisch, was wäre, wenn Alina ihn betrogen hätte, okay, also wenn Alina Julian Zitlow betrogen hätte und das irgendwie so sein, sein, wie so eine Art Racheplan ist, um es ihr so pöpö reinzudrücken. Und da so ein Ding ist, was er unter sich, also, dass er das so, ihr so irgendwie so reindrücken möchte und er weiß, er hat sowieso keinen Kontakt mehr später zu den Kindern und, ja, es wirkt das sowieso ab, kann ich mir aber nicht vorstellen, also gar nicht, äh, ich finde, wie die da, also, als Frau, du warst noch von einem halben Jahr mit dem Dude zusammen und denkst dir jetzt nur so, was zum Geier einfach, was, was zum Geier, ich hoffe, sie zieht sich das nicht rein. Sowas kriegt man als Kind dann nicht mehr los, ne, sowas kriegt man echt nicht mehr los, wir hatten bei uns mal in der Klasse eine, deren Mutter ist so ein bisschen bekannter gewesen und die war auch im Playboy, ähm, die war später, glaube ich, auch mal im Dschungelcamp oder sowas, mh, oder nur im Playboy, weiß ich gerade, auf jeden Fall im Playboy und sie durfte sich das, also, das ist nicht irgendwie so ein Gelabere von wegen so, mh, das sagen alle nur, das werden Kinder nie sagen, die wurde immer in der Klasse darauf angesprochen, dass ihre Mutter im Playboy war und die Leute haben immer die Bilder gezeigt und sie musste dann immer darauf antworten, ey, deine Mutter war, hab ich doch schon nackt gesehen, ey, deine Mutter hab ich hier oben bei Oberkörper frei, das ist kein, also, ich hab das wirklich miterlebt, wie Leute das, also, Kinder damit konfrontiert werden, also, insofern, Julian Ziedlow, ich kann verstehen, wenn man vielleicht irgendwie sein Leben ändern möchte oder sowas und irgendwie andere Wege einschlägt, wenn man vielleicht irgendwie das Gefühl hat, man muss irgendwie was nachholen, was man verpasst hat, alles, alles legit, alles cool, ich bin auch, äh, glaube ich, fast zehn Jahre jünger als du, aber die Frage ist halt, muss man das, so, solche Themen so nach außen drängen, wenn man Kinder hat, I doubt it, Digga, vor allem, wenn man ein guter Vater sein möchte, es ist nie zu spät, umzudrehen und, ähm, damit aufzuhören und einfach zu sagen, okay, jo, war vielleicht ein Fehler, scheiß drauf, mach ich anders in Zukunft, aber jedem selber überlassen, noch dazu, wie sehr man vielleicht einer Firma schadet oder so und Arbeitsplätze, aber das ist ihm wahrscheinlich eh alles komplett egal.